Take care of mom! Die wir eingelegt haben, das waren bei uns in Mühlheim so roundabout vier Wochen, nachdem wir ja im März schon so lange frei hatten, mehr oder weniger zwangsweise durch Corona, das hat uns ja alle betroffen und der ein oder andere ist ja immer noch nicht wieder im Wasser, haben wir dieses Jahr im Sommer etwas kürzer Pause gemacht, sonst habe ich schon immer geguckt, dass wir so um die sechs Wochen haben. Allerdings sind wir jetzt nach vier Wochen wieder ins Wasser gehüpft und ich hatte so den Eindruck, dass sich die Sportler da direkt wieder wohlfühlen und sich freuen, dass es losgeht. Was erwartet uns in der heutigen Folge nach der Sommerpause? Wir werden uns zum einen ein bisschen mal damit auseinandersetzen, was sich in den letzten Monaten an Nachrichten angestaut hat, da war das ein oder andere interessante Thema dabei, das grundsätzlich nochmal einer tieferen Ausarbeitung bedarf. Dann natürlich werde ich ein bisschen erzählen, wie wir so unser Training gestartet haben, wie wir das im Moment gestalten, wie das überhaupt aussieht, denn da sind ja die Gegebenheiten in den einzelnen Bundesländern, in den einzelnen Städten teilweise ja doch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich eine Aufgabe der Woche und wir werden uns hinten raus mit einer Wissenschaft der Woche auseinandersetzen, die eine lange, kontrovers diskutierte Frage im Schwimmsport ein bisschen wissenschaftlich auf den Grund geht und dort versucht, eine Antwort zu finden. Und dann schlage ich vor, dass wir nicht viel Zeit verplempern, sondern direkt loslegen und zwar mit dem großen Themenblock, was ist passiert. Nun war ja relativ lange Pause und auch die letzte Episode ist schon eine ganze Weile her, aber glücklicherweise haben ja so ziemlich alle Schwimmaktivitäten ebenfalls pausiert, sodass wir gar nicht unfassbar viel verpasst haben, sondern so ein bisschen wie im Sommerloch bei der Politik sich das Ganze auf die Nebenwettkampf-Schauplänze konzentriert hat. Zum einen gab es bei der einen oder anderen Sportlerin, bei dem einen oder anderen Sportler massive private Veränderungen, auf die ich nur kurz benennen möchte. So hat sich zum Beispiel die holländische Schwimmerin Ruvendal der Trainingsgruppe in Magdeburg bei Bernd Berkern angeschlossen oder Marie Petruschka ist aus Leipzig jetzt nach Neckars-Ulm gewechselt. Also häufig geht ja so ein Standortwechsel ein bisschen damit einher, dass man als Sportler das Gefühl hat, okay, ich brauche mal einen neuen Reiz, ich muss mal irgendwie was anderes sehen, ich brauche vielleicht mal anderen Input. Gerade wenn man so in dieser Leistungssportschiene ist und dort sehr, sehr groß geworden ist und lange an einem Standort war, kann das der Leistung, der Motivation und dem ganzen Lebensgefühl mal etwas Gutes tun, wenn man die Perspektive wechselt, wenn man den Horizont ein bisschen erweitert. Davon gibt es ja zahlreiche Beispiele von Sportlern, die mal woanders hingegangen sind, sei das jetzt, dass auch deutsche Athleten schon in Australien in Trainingsgruppen mittrainiert haben, sei es jetzt auch, dass ein Marius Kusch ja seit sehr langer Zeit schon beim Team Elite in Kalifornien mittrainiert, da hat er dort auch eine Zeit lang Besuch von Damian Wierling und Jakob Heidmann, die ihn dort in seinem Alltag begleitet haben und dort auch mit beim Training waren. Das ist völlig normal, dass es gang und gäbe, aber es ist vor allen Dingen schön, dass eine ausländische Sportlerin sich einer deutschen Trainingsgruppe anschließt, weil in der Regel, das habt ihr jetzt an den Beispielen gehört, ist es ja so, dass die deutschen Athleten sich eine starke Trainingsgruppe im Ausland suchen, weil natürlich, das ist klar, die deutschen Trainingsgruppen im Moment nicht so stark sind, weil sie auch nicht so konzentriert sind, weil da vielleicht auch die Weltspitzenleistungen fehlen. Wir sind dabei, diesen Gap zu schließen oder der DSV und mit seinen Verbandsgruppen, Trainingsgruppen, Stützpunktgruppen ist dabei, diese Lücke zu schließen, aber das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, bis man wirklich sagen kann, okay, wir haben hier an einem Standort acht Athleten von Weltspitzen-Niveau, vom Olympia-Final-Niveau, hier hast du ein gewisses Trainingsniveau, komm doch zu uns und dann wirst du besser. Und das ist aber das, was genau der Fall ist, der zum Beispiel beim Team Elite ist in Kalifornien oder der auch in Australien der Fall ist. Ja, das Energy Standard Team aus der ISL, die hier in der Türkei sitzen, die haben das ja auch so ähnlich. Und das ist natürlich eine andere Qualität und ein ganz anderes Mindset, das da im Training vorherrscht, als das im Moment noch in den deutschen Trainingsgruppen so der Fall ist. Viel spannender als die ganzen Wechselgeschichten allerdings war eine Sache abseits des Beckenrands, die in den letzten Wochen und Monaten mal aufgeploppt ist, aber gar nicht in meinen Augen die Aufmerksamkeit gekriegt hat, die es dringend verdient hätte. Und zwar möchte ich das unter dem großen Themenblock zusammenfassen, mentale Gesundheit im Spitzensport, denn zum einen gab es im Spim-Sport News einen kurzen Artikel über Ilaria Cusanito, die aus ihrer aktiven Karriere berichtet hat. Die war mal Vize-Europameisterin über 200 und 400 Lagen im Jahr 2011. Und sie hat sehr offen in einem italienischen Radiointerview über ihre Bulimieerkrankung gesprochen, die sie über ihre sportliche Karriere, über ihre leistungssportliche Karriere hinweg begleitet hat. Und das ist ein Punkt, der in meinen Augen immer noch viel zu wenig Beachtung sowohl in der Trainerausbildung, als auch dann später in so Trainerfortbildungen findet. Denn wir müssen uns ganz klar sein, dass je höher wir im Niveau kommen, desto ehrgeiziger und anspruchsvoller werden die Athleten. Und häufig geht ja so ein leistungssportliches Leben und dieser Ehrgeiz und dieser Anspruch, den man an sich selber hat, auch mit viel Entbehrung einher. Und da muss man dringend hingucken, dass man da immer die psychische Gesundheit von seinen Athleten im Auge hat. Ich wette auch darauf, dass jeder Trainer von euch, der in der Trainingsgruppe von mindestens 10 Sportlern, häufig sind es ja mehr, aber wenn es 10 Sportler sind, wette ich, wenn die ehrgeizig sind, ist einer dabei, der irgendwo in eine gefährliche Zwangsstörung abrutscht. Sei das jetzt entweder Bulimie, sei das eine Essstörung, sei das andere Sachen. Das kann auch Depression sein. Das ist auch sehr, sehr verbreitet, nur spricht da keiner drüber. Es gab da schon ein paar Fälle in der letzten Zeit von Weltklasseathleten, die sich über solche Bulimie-Erkrankungen geäußert haben. Es erstreckte sich über Jahre hinweg, aber die Namen, die da auftauchen, sind durchaus bekannt. Das ist eine Misty Heyman, das ist eine Amanda Beard, das ist eine Liliana Schilagi. Die, unter anderem, die sich dort wirklich dazu bekannt haben, dass sie ernsthafte Probleme hatten mit ihrem Körperbild, mit ihrem Selbstbild, dass sie diesem Anspruchsdenken nie wirklich gerecht geworden sind und haben halt versucht, sich über diesen Weg, okay, ich stopfe mich voll, ich fühle eine Befriedigung und gehe das danach wieder irgendwo hinwegbringen, die sich über diesen Weg sich selber so ein bisschen gegeißelt haben und so eine Unzufriedenheit dort mitschwangen. Wir haben jetzt wieder jemanden, der darüber spricht und in meinen Augen sollten wir da als Gruppenleiter an den, ist egal wo, immer ein Auge drauf haben, ob die Sportler gesund sind oder ob sie irgendwelche Auffälligkeiten zeigen und dem auch Rechnung tragen, also wenn uns sowas auffällt, dann ist es nicht unser Job so. Wir sind keine Psychologen, das muss uns auch klar sein als Trainer so, da ist eine Grenze erreicht, aber zumindest erstmal sollten wir uns dafür sensibilisieren, dass es existiert und dass es real da ist, dass eine psychische Störung häufig einhergeht mit einer Leistungssportkarriere. In dem Zuge kam auch noch ein Trailer für eine Dokumentation auf, die zusammen mit Michael Phelps gedreht wurde und unter der Leitung von Michael Phelps entstanden ist, der ja auch nach seinem ersten Karriereende in eine Depression abgerutscht ist, dann ist er ja wegen Fahren unter Trunkenheit, Fahren unter Alkoholeinfluss auch verhaftet worden von der Polizei, weil er außerhalb seines sportlichen Lebens halt irgendwie gar nichts mehr entwickelt hatte, was ihn irgendwie zufrieden macht, was ihn antreibt, was ihn glücklich macht, was ihn motiviert und er ist da massiv in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen und das ist eine Sache, die betrifft ganz, ganz viele Olympia-Athleten, die ihr ganzes Leben darauf ausrichten, in diesem einen Moment zu funktionieren, die Besten zu sein, perfekt zu sein und diese Goldmedaille um den Hals gehangen zu bekommen und deswegen heißt der Titel auch The Weight of Gold, der da sinnbildlich dafür steht, wie schwer wiegt das eigentlich, diese Goldmedaille, welche Entbehrung mache ich dafür, habe ich noch ein anderes Leben, wie entwickle ich mich als Sportler auch weiter persönlich, was mache ich neben dem, dass ich ein Vollzeitsportler bin und dass sich alle um mich kümmern, weil das Ding ist auch, sobald du raus bist als Athlet aus diesem sportlichen Thema, aus diesem sportlichen Themenkomplex, wenn du deine Karriere beendest, fällst du aus dieser ganzen Förderstruktur auch raus und kriegst dort keine Hilfe mehr, es gibt keine psychologische Unterstützung mehr, du stehst auf einmal völlig im Privatleben und hast möglicherweise nie gelernt, irgendwie damit umzugehen, hast nie gelernt, wie ist das, wenn mir nicht jemand von außen den Tagesablauf vorgibt, wenn es nicht heißt, um 7 Uhr ist das Training, bis 9 Uhr, dann hast du Physiotherapie, dann gehst du was essen, dann schläfst du eine Runde, um 14 Uhr sind wir im Kraftraum, von 15 bis 17 Uhr schwimmen wir nochmal, danach hast du nochmal kurze Physiotherapie, dann kommt Ernährungsberatung, Abendessen, dann ins Bett, morgen geht der gleiche Tag von vorne los. Und das ist halt permanent durchgetaktet bei diesen Sportlern, und zwar seit sie 12 sind, bis sie ihre Karriere aufhören mit, weiß ich nicht, 25, 30 Jahren, wo auch immer jeder da die Grenze zieht. Und das muss sich dringend verbessern, und da müssen wir die Augen aufmachen, und da müssen wir hingucken, und wir müssen die Sportler nicht nur in ihrer sportlichen Entwicklung, sondern auch in ihrer charakterlichen, in ihrer gesellschaftlichen Entwicklung, in ihrer sozialen Entwicklung mitnehmen und fördern. Wir müssen sie fragen, was interessiert dich, was machst du sonst, wofür interessierst du dich, woran hast du noch Spaß, damit sie nicht völlig hilflos, wenn diese Karriere einmal abgeschlossen ist, und das ist nun mal im ersten Lebensdrittel, danach überhaupt nichts mit sich anzufangen wissen. Das ist unfassbar wichtig. Warum haben wir in Deutschland dieses Problem eigentlich nicht? Also ich glaube, es ist viel ein Problem, wo der Sport wirklich massiv professionalisiert ist, wo auch viel mehr Existenz davon abhängt, zum Beispiel in Amerika, wo College-Stipendien mit dranhängen, wo die Sportler, wenn sie im Olympiakader sind, eine Krankenversicherung bekommen, wo sie noch andere Zuschüsse kriegen, wo sie wirklich daran festhängen, und sobald sie dort nicht mehr sind, ihnen quasi ihre ganze Lebensgrundlage wegbricht. Ich denke mal, in Russland wird das ähnlich sein, wo ja auch der Sport ein hohes staatliches Ansehen, ein hohes Prestige hat, und eine hohe Priorität, weil man sich damit identifiziert als Nation und als Bevölkerung. Das Gleiche passiert hier auch, nicht bei den Schwimmern in Deutschland, sondern eher ist das ein Problem auch bei Fußballspielern, die unter diesem permanenten Erwartungsdruck, auch da gab es ja ganz, ganz viele Themen in letzter Zeit, ganz, ganz viele Menschen, die mal den Mund aufgemacht haben, ganz viele Ex-Sportler, die gesagt haben, ey, pass auf, ich darf keinen Fehler machen, und es ist ein unfassbarer Erwartungsdruck, sobald ich einen Fehler mache, hacken alle auf mich ein, das macht mich fertig, das geht nicht spurlos an mir vorbei, ich weiß gar nicht, war das Mertesacker oder wer, der gesagt hat, vor jedem Spiel muss ich aufs Klo und kotzen, weil es mir so übel ging, weil ich Angst hatte davor, einen Fehler zu machen. Und weil das bei den Fußballern auch so ist, die sind auch jahrelang in dieser Tretmühle, verdienen ihren Lebensunterhalt, machen nichts anderes mehr, werden vermutlich noch viel mehr gepudert, als das jetzt bei Schwimmern im Moment der Fall ist, und die rutschen dann auch in Spielsüchte oder in Depressionen, können mit ihrem Geld nicht umgehen, können dann im Privatleben mit ihrem Ruhm nicht umgehen, gehen bankrott, aber es ist ein völlig totgeschwiegenes Thema, und in meinen Augen sollten wir aufhören, dieses Thema totzuschweigen, sondern uns damit auseinandersetzen, weil wir als Trainer, weil wir im Sportbereich automatisch, gerade je erfolgreicher wir sind, umso eher ziehen wir an der Stelle die Leute an, die auch so einem Zwang unterliegen, die einer Selbstoptimierung unterliegen, die sehr, sehr hart zu sich selbst sind, die Getriebene sind, die sich darüber profilieren, die darüber Ego holen, und die dann entweder bei einem Misserfolg auf einmal zusammenbrechen, weil sie überhaupt keine Daseinsberechtigung mehr sehen, oder in dem Moment, wo sie mit dem Sport aufhören, überhaupt nicht mehr wissen, wohin jetzt mit mir, was ist mein Ziel, was will ich, was möchte ich, und da kann ich nur appellieren, an jeden Einzelnen von euch, der irgendwie mit Jugendlichen oder mit jungen Erwachsenen zu tun hat, sucht das Gespräch mit ihnen, macht ihnen klar, du bist mehr als der Sportler, du kannst noch was anderes, und such dir vielleicht noch ein anderes Hobby, lerne ein Instrument, was liest du gerne, guckst du gerne Filme, was machst du in der Schule, machst du noch was mit Freunden, um dort den Blick außerhalb des Sportes hinzurichten, es ist unfassbar, unfassbar wichtig, dass wir wirklich an der Stelle den Sportler auch persönlich entwickeln und persönlich fördern, und da ist es dann in meinen Augen auch überhaupt nicht nachträglich, wenn wir darüber reden, dass wir mit zwölf Jahren anfangen, du musst sechsmal die Woche trainieren und dann kommt noch zweimal Frühtraining, und nein, du darfst nichts anderes mehr machen, das ist in meinen Augen fatal, weil das sehr, sehr schnell zu einem Burnout führt, und wenn ihr euch mal umguckt, in der Regel sind die Sportler, also Talent setzt sich immer durch, und die, die sehr erfolgreich sind, haben früher auch was anderes gemacht, und meistens auch relativ lange, haben die entweder noch Fußball gespielt, oder haben noch Handball gespielt, oder haben noch Instrument gelernt, oder was ähnliches. Das muss dem nicht im Wege stehen, sondern das kann sogar unterstützen und helfen bei einer längeren Karriere, wenn man sich irgendwo anders hin orientiert. Beispiel, was mir da wieder in den Kopf fällt, ist zum Beispiel Dirk Nowitzki, der von seinem Personal Trainer, nenne ich ihn jetzt mal, von seinem Mentor Geschwindner, Holger Geschwindner war das, gesagt gekriegt hat, pass auf, okay, neben dem, dass wir hier vier Stunden am Tag Basketball spielen, möchte ich, dass du dich irgendwo weiterentwickelst, ich möchte, dass du Gitarre spielen lernst, ich gebe dir jeden Monat ein Buch, und ich möchte, dass du das liest, ich möchte, dass du dich im Kopf und in anderen Bereichen weiterentwickelst, und nicht nur Basketballer bist, und ich finde, da müssten wir auch hingehen, an den Olympiastützpunkten, an den Bundesstützpunkten, nehmt die Kinder mit, nehmt die Sportler mit, auf eine Reise sich selbst zu entdecken, und nicht nur Sportler zu sein, und Medaillenlieferant, weil dann kommen wir auch in so eine Geschichte, dass sich Olympiasieger ihren Traum erfüllen, die Goldmedaille gewinnen, und danach nichts mehr mit sich anzufangen wissen, und das soll es nicht sein, und das war der Hintergrund, auch dieser Doku von The Weight of Gold, von Phelps, der gesagt hat, ey, ich kann es nicht mehr stillschweigend mit ansehen, wie Olympiasieger in Depressionen verfallen, wie die Selbstmordrate steigt bei Olympiasiegern, weil sie danach nicht wissen, wo sie hin sollen, und wir müssen die Leute da auffangen, wir müssen die Leute abtrainieren, wir müssen die Leute in einem sozialen System mitnehmen, und ihnen dort eine Möglichkeit geben, sich anderweitig zu entfalten, deswegen mein dringender Appell an euch als Coaches, wenn ihr Jugendliche habt, so bestärkt sie in dem, was sie sind, sie haben Freude am Sport, oder an jeder anderen Sportart, aber sie haben Freude am Sport, sie haben Freude am Schwimmen, so bestärkt sie da drin, und nimmt sie mit und sorgt dafür, dass sie sich dann daraus ganzheitlich entwickeln, fragt sie, wie es ist in der Schule, und so weiter und so fort. Jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, das Problem haben wir in Deutschland gar nicht so sehr, denke ich, dass wir in dieses Arg-Depressive verfallen. Ich glaube, die anderen Sachen schon, also das angesprochene Beispiel mit der Bulimie, oder dass Sportler bei Misserfolg sich selbst verletzen, auch das gibt es durchaus, vielleicht um da aus dem Nähkästchen zu plaudern, so ich in meiner Trainerkarriere hatte bis jetzt in jeder Trainingsgruppe, die ich hatte, Athleten, die in dieses Raster gefallen sind, und da muss man aufmerksam sein, und muss es auch ansprechen, muss ihnen eine Hand reichen, und die halt bei Misserfolg sich entweder selbst verletzen, oder in eine Essstörung reinrutschen, und so, genau. Das Problem, was wir da nicht haben, das Problem, warum wir das vielleicht nicht haben, ist, dass wir in Deutschland nicht alleine vom Schwimmsport leben können, sondern automatisch nebenbei eine Ausbildung machen müssen, oder nebenbei studieren, oder über die Bundeswehr Sportsoldat sind, und darüber noch in einem anderen System sind, was mit Sicherheit zulasten der sportlichen Leistung geht, da müssen wir nicht drüber diskutieren, Vollzeit-Profisportler wäre viel, viel besser, aber was vielleicht dafür sorgt, dass die Athleten sich kopfmäßig ein bisschen mehr weiterentwickeln können. Und jemand, der jetzt Olympia 2021 in Tokio nicht mehr miterleben wird, ist Jan-Philipp Glania, der seine Schwimmerkarriere beendet hat, weil er gesagt hat, okay, ich quäle mich nicht mehr ein Jahr, ich habe jetzt die Möglichkeit, als Zahnarzt in einer Praxis einzusteigen, ich mache das, und Olympia 2021 mache ich nicht mehr mit. Der hat zwei Olympische Spiele erlebt, 2012 in Tokio, 2016 in Rio, alles tutti, und jetzt das eine Jahr wartet er nicht mehr, sondern geht in die Zahnarztpraxis und ist damit raus aus dem Pool der Olympiakaderathleten. Das ist schade, weil es ein massiver Leistungsverlust ist und ein massiver Qualitätsverlust, es fehlt eine große Konkurrenz und mit Sicherheit jemand, der für die Olympischen Spiele ein Halbfinalkandidat gewesen wäre. Das ist schade, das ist traurig und zeigt wieder so ein bisschen die Grenzen des Systems auf. Warum schaffen wir es nicht, diesen talentierten Sportlern eine Möglichkeit zu bieten und ihnen zu sagen, ey, pass auf, komm, wir machen noch ein Jahr, so, wir unterstützen dich durch Sponsoring, durch Sporthilfe, durch den Staat, durch Ähnliches, weil wir letztendlich als Nation und die Politik freut sich ja dann auch drüber, sich mit einem guten Platz im Medaillenspiegel zu brüsten. So, warum tun wir das nicht an der Stelle? Und das ist schade, weil ich glaube, dadurch fallen ganz, ganz viele Talente durchs Raster, die keine Lust mehr haben auf diese Doppelbelastung, die sagen, ey, pass auf, ich trete hier gegen Vollprofis an und soll nebenbei noch mein Studium wuppen. Das funktioniert nicht. Also da wäre es auch wundervoll, wenn wir uns dort mal ein, zwei, drei, vier, fünf Schritte weiterentwickeln würden und den Sport und den Einsatz, den Sportler bringen, in einer Art und Weise honorieren, die ihrem entbehren, die ihren Schmerzen und ihrem Einsatz entgegenstehen und dort sie das auch wertschätzen und das auch honorieren. Wo wir beim Thema Wertschätzen sind, wir werden jetzt ein bisschen fröhlicher, aber wir ziehen die Stimmungskurve mal wieder ein bisschen nach oben, nachdem es gerade sehr, sehr traurig war, aber so Themen auch mal angesprochen werden müssen, weil die gibt es und die tot zu schweigen hilft halt nicht. Aber Thema Wertschätzen, wir haben mit dem Training wieder angefangen und zwar am 27.07.2020 nach vier Wochen Sommerpause und Wertschätzen in dem Sinne, dass ich mich freue über jeden Sportler, der da jeden Tag zum Training kam und rechtzeitig wieder aufgetaucht ist und dafür gesorgt hat, dass ich nicht alleine im Kraftraum und in der Schwimmhalle rumstehen muss. Das war ein bisschen, naja, sagen wir so, der Einstieg war exakt so, wie wir auch aufgehört haben, auf Doppelbahnen, mit den ganzen Wegen, mit den ganzen Hindernissen, 45 Minuten Schwimmtraining. Da waren wir dann hier bei uns im Umkreis zumindest schon eine der letzten, die dann am 5.08. auf Einzelbahnen tatsächlich umgeschwenkt sind, so dass wir im Prinzip seit dem 5. August wieder so trainieren in den Gegebenheiten, wie wir das auch ohne oder vor dem März gemacht haben. Es ist im Moment noch so, dass von den zwei Bädern, die wir nutzen, ist eins zu, das wäre so oder so gewesen. Aber wir haben wieder Einzelbahnen, wir haben eine volle Stunde Trainingszeit, die Wechselzeiten sind ein bisschen verkürzt. Wir können auch zeitweise jetzt wieder zwei Stunden am Stück trainieren, so dass ich Stand jetzt mit meinen Sportlern auf 10 Stunden Trainingszeit komme. Montag eine, Dienstag zwei sind drei, Donnerstag zwei sind fünf, Freitag eine früh, eine spät sind sieben. Nee, auf acht Wasserstunden plus fünf Tage Landtraining, plus fünf Stunden Landtraining, also auf 13 Stunden Training. Also das ist alles gut und das wäre ziemlich genau auch der Umfang gewesen, den wir ohne Corona-Maßnahmen hätten. Natürlich gilt immer noch, Maske in den Umkleiden, Maske beim Reingehen, Hände desinfizieren, so das ganze Spielchen kennen wir jetzt inzwischen und haben uns da dran gewöhnt und haben so auch so ein bisschen Normalität und Routine dabei entwickelt, sodass alles gut ist. Ich versuche da jetzt immer, die Einheit von Landtraining und Wassertraining zu gewährleisten im ersten Schritt und vor allen Dingen noch mal ganz viel jetzt vorneweg auf die Basics zu achten, sprich Strecklage, Wasserlage, Beinbewegung. Es sieht also so aus, dass wir eine Stunde Landtraining vorneweg haben, dort viel, viel hingehe und im Moment haben wir als Ziel uns im Landtraining gesetzt, dass alle bis Mitte, Ende Oktober, also jetzt noch so gut zwei Monate, dass bis dahin alle bei mir in der Gruppe einen freistehenden Handstand können und wir viel neben dem, dass wir dieses Ziel haben, auch gucken, dass wir nicht isoliert einzelne Muskeln trainieren, sondern vorrangig auf Muskelketten gehen, also das Zusammenspiel über den ganzen Körper irgendwie üben. Das können so einfache Sachen sein wie Kettleball Swings oder mit so einem Battle Rope mit den Ärmchen wackeln. Das können aber auch etwas kompliziertere, Sachen sein. Genau, dann gehen wir ins Wasser für ein bis zwei Stunden. Dort bin ich im Moment ganz klar im polarisierten Bereich unterwegs, dass wir also entweder sehr kurze, sehr knackige, sehr schnelle Sachen machen oder sehr lange Distanzsachen im aeroben Bereich, wo wir relativ wenig Equipment dann auch brauchen. Also Flossen im Moment lasse ich fast komplett weg, Paddles nur ganz dosiert. Ja, also dass die Sportler überhaupt erstmal wieder dahin kommen, dass sie sich im Wasser wohlfühlen und dort eine ordentliche Wasserlage kriegen. Das ist in meinen Augen immer das, was als erstes und am stärksten leidet. Gerade bei meinen Rückenschwimmern ist das mega auffällig, dass die auf einmal super tief liegen im Wasser. Genau, dann ja, vielleicht noch eine kleine Sache dazu. Wir hatten da vorletzte Woche oder ähnliches, hatte ich auch zwei Stunden, habe das in zwei Einzelstunden geteilt. Erste Stunde die jüngeren Sportler, zweite Stunde die älteren Sportler. Und weil ich wusste, bei den Älteren kommt nicht so viel, habe ich die Jüngere, habe ich einige von den Jüngeren die zweite Stunde noch mitmachen lassen. Und dann war das so, dass wir in der ersten Stunde, hatte ich schon angekündigt, vorher sind wir 10x400 geschwommen, abgangen 6 Minuten, hat dann also genau gepasst mit den 60 Minuten, sodass die, die zwei Stunden geblieben sind, da schon vier Kilometer auf der Uhr hatten. Dann kam ein kleines Zwischenspiel, da sind sich die Älteren eingespwommen, es waren so 600 locker. Dann kam noch 10x50 für Schnelligkeit, das war Ansprinten nach Abstoß und Sprint in die Wand, also sprich Abstoß-Anschlag-Training, Abstoß-Übergang und damit waren die schon bei 5-1. Und dann war ich ein bisschen unaufmerksam und habe die Stunde als Einzelblock betrachtet, weil dann kamen hinten raus nochmal 10x200 Kaularme, sodass die Jüngeren am Ende bei so knapp 7 Kilometern in den 115 Minuten rausgekommen sind. Das war ziemlich hart, aber die haben sich gut geschlagen und manchmal tut es auch weh, aber Mohamed Ali hat immer gesagt, Schmerz vergeht, aber der Sieg, der bleibt für immer. Damit geht es weiter mit dem Landtraining der Woche. Und zwar hatte ich ja schon angekündigt, dass wir im Moment, das baut alles aufeinander auf, dass wir uns im Moment Richtung Handstand vorkämpfen in den nächsten zwei Monaten. Und hier vor allen Dingen, dass wir erstmal lernen, eine wirklich stabile, solide Körpermitte zu kriegen, also wirklich den Handstand von Grund auf aufzubauen. Weil das hat ja, das macht ja keinen Sinn, wenn sich die Kiddies auf die Hände drehen und dann aber wie so eine Bananenflanke dort irgendwo rumhängen. Das ist nicht das, worum es geht. Und das ist erschreckend, wie viele Probleme mit den jetzt folgenden Übungen haben, weil im Moment geht es nur um Bauchmuskulatur, um Korstabilität, um alles, was sich so am Bauch, am Rücken abspielt. Und zwar da vor allen Dingen der untere Rücken. Hier mal die Auftrag an euch, wenn ihr das machen wollt und wenn ihr mal einen neuen Trägerpunkt haben wollt im Core-Training, nicht immer nur Unterarmstütz oder sonstigen Kram-Sit-Ups, dann legt die Kinder gerne mal auf den Rücken und Beine lang ausgestreckt, dann können die Arme von mir aus erstmal neben dem Körper sein. Und dann sollen sie mal über dem Hüftknochen unter dem unteren Rücken gucken, ob sie da die Hand zwischen Boden und Körper schieben können. Wenn sie das können, das wird bei ungefähr einem Drittel, denke ich mal, so der Fall sein, dann sollen sie mal ganz bewusst den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen und die Wirbelsäule nach unten in den Boden drücken. Also dort wirklich den ganzen Ring, stellt euch das so ein bisschen als Ringmuskulatur vor, die ganzen Ringmuskeln dort anspannen. Das geht sehr gut. Das wird schon etwas schwieriger, wenn sie die Hände über Kopf nehmen und hier wird es schon interessant, weil wenn die Füße lang ausgestreckt sind und die Hände über Kopf wandern, dann ist das im Prinzip schon ein liegender Handstand, den sie da machen. Und wenn da wieder das Hohlkreuz so durchbricht, der untere Rücken, wieder Bauch einziehen, Bauch nach unten drücken. Nächster Block ist, Füße senkrecht nach oben nehmen, 90 Grad in der Hüfte, das ist wie so ein umgedrehtes L aussieht, auch hier wieder unterer Rücken nach unten drücken. In dem Moment, wo die Füße hochkommen, werden sie wieder ins Hohlkreuz fallen, Rücken nach unten drücken. Und dann können sie die Beine gestreckt, ich empfehle eigentlich auch gebeugt, die Knie nochmal beugen, 90 Grad im Kniegelenk, dann langsam nach unten absenken, bis sie gerade eben so noch den Rücken in der Matte halten können und dort, weiß ich nicht, 5x30 Sekunden Halteübung, Spannungsübung. Und das ist eigentlich die Ausgangsposition für alle Bauchübungen, die danach kommen können. Das kann dann mal sein, dass sie die Beine gebeugt haben, so ein bisschen absenken und dann ein Bein nach vorne ausstrecken, das andere Bein bleibt gebeugt, dann die Seiten wechseln, so eine dynamische Geschichte, immer mit dem Fokus Bauch anspannen, unterer Rücken in die Matte drücken. Wenn ihr da das als Partnerübung machen wollt, weil ihr entweder sehr viele seid, nicht den Platz habt oder weil ihr mal ein bisschen Interaktion zwischen euren Sportlern haben wollt, dann könnt ihr auch ein großes Handtuch unter den Rücken schieben und dort immer dann den Partner hinstellen und der soll so leicht dran ziehen, dass das Handtuch unter Spannung ist, dass dort immer ein Druck aufgebaut ist. Und dann merkt man sofort, in dem Moment, wo sich der untere Rücken von der Matte löst, in dem Moment kann man natürlich das Handtuch rausziehen, was nicht sein soll und dann ist das eigentlich eine super Rückmeldung. Ja, dann liegen die Sportler dort auf dem Rücken, strecken mal wechselseitig ein Bein aus, ein Bein lang. Wenn das relativ gut geht, dann können sie beide Beine lang machen, die Arme wieder nach oben hinter dem Kopf in den liegenden Handstand und dann den Schultergürtel mitlösen. Und wenn dann die Beine lang sind und der Schultergürtel sich löst, dann wieder hingehen, unteren Rücken nach unten drücken. Das ist ein sogenanntes Hollow Hold oder ich habe das jetzt auch gerne mal so C-Shape genannt, dass das aussieht wie so ein C, das auf der Seite liegt. Vielleicht ist es auch Halbmond, lasst euch was einfach, Klammer, könnte auch eine offene Klammer sein. Genau, das sind im Moment die Sachen, die ich mache, um wirklich mal die Körperspannung zu trainieren und nach den ersten Einheiten, wo wir das gemacht haben, meine Kiddies zumindest ist ziemlich über Bauchmuskelkater gejammert, weil sie im Moment echt, weil sie da wirklich nochmal ganz neu arbeiten und den permanent auch unter Spannung haben, den Bauch. Ist aber eine Sache, von der sie massiv im Wasser später auch profitieren, weil wir gehen einen Schritt weiter und zwar aus dem liegenden Handstand, aufrichten auf die Füße und dann sollen sie sich einmal mit dem Rücken an die Wand stellen, mit dem Rücken an die Wand, Fersen an die Wand, die Achilles sehen, die Hacken, Arme nach oben ausstrecken, sodass der Schultergürtel, die Schulterblätter, die Handrücken, die Hüfte und die Fersen an der Wand sind und dann könnt ihr wieder am unteren Rücken gucken, ist da eine Lücke zwischen Wand und zwischen unterem Rücken und in der Regel wird da eine Lücke sein und die sollen sie schließen, da den Bauchrandrücken, da den unteren Rückenrandrücken an die Wand und wenn sie dieses Körpergefühl haben, wenn sie es haben, dass sie diese Spannung halten können, wenn sie wissen, ah okay, so muss sich das anfühlen, dann könnt ihr euch mal von der Seite hinstellen und dann seht ihr, dass sie an der Rückseite ihres Körpers eine ganz gerade Linie sind und an der Vorderseite auch eigentlich ganz schön geformt, so ein bisschen gewölbt, wenn man von der Seite guckt, sieht es aus wie ein ganz, ganz schmales D, wie ein ganz platt gedrücktes D, aber das ist etwas, was ihnen dann im Wasser hilft und damit kommen wir nämlich auch zur nächsten Übung, die der Aufgabe der Woche und zwar ist die sehr einfach, aber ein kleiner spielerischer Abschluss, könnt ihr dort in dieser Position, die ihr an Land vorher geübt habt, könnt ihr dann mit ins Wasser nehmen und die Sportler so weit gleiten lassen, wie möglich, weil sie dort das gleiche machen müssen, Bauch reinziehen, nicht ins Hohlkreuz, weil sonst entsteht dort eine Verwirbelung vom Wasser und das bremst sie, also Rücken gerade, Bauch einziehen, in der Position, wie sie an der Wand dann abstoßen, gleiten, das kann entweder erstmal an der Wasseroberfläche sein und dann unter Wasser oder ihr geht gleich unter Wasser, am besten auch mit einer Hand vorn, eine Hand hält sich hinten am Beckenrand fest, sodass sie eine ähnliche Startposition haben, wie wenn sie aus der Kippdrehwende vom Brust- und Delfin schwimmen kommen, das ist ja auch eine Hand vorn, eine ist noch an der Wand und dann müssen sie sich abstoßen, genau, dort halt abstoßen, weit gleiten, zum Trainingsende kann man entweder zu 4, zu 5 pärchenweise machen, ist egal, einzig und allein die Aufgabe bleibt gleich, der Sieger, der am weitesten gleitet aus dem Turn, aus dem Lauf, wie auch immer, der darf duschen gehen und alle anderen auf dem Block oder an den Beckenrand und nochmal. Das ist eine kleine nette Übung, die lockert das so ein bisschen auf und gibt euch mal einen Einblick, wer kann denn überhaupt weit gleiten, wer ist sehr widerstandsarm im Wasser unterwegs, weil wenn sie das dort können, dann läuft meistens auch das Schwimmen sehr, sehr einfach und leicht von der Hand. Und mit dem Stichwort, das Schwimmen geht leicht von der Hand, sind wir auch beim abschließenden Thema, nämlich bei der Wissenschaft der Woche angekommen. Hier geht es darum, worin schwimmt man eigentlich schneller? In einem Becken voller Sirup oder in einem Becken voller Wasser? Hintergrund der Frage ist natürlich, dass sich damals unter anderem, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber irgendwann war Liverpool Ausrichter der Schwimm-WM gewesen, hat sich explizit mit dem Slogan beworben, ey, passt auf, wir machen das Wasser richtig schnell, bei uns werdet ihr viele Weltrekorde sehen, wenn ihr uns nur diese Veranstaltung gebt. Die Veranstalter und die Organisatoren und die ganzen Chemiker, die da hinten dranhängen, die haben auch Wort gehalten, das war eine sehr, sehr welch rekordreiche Weltmeisterschaft, die dort stattgefunden hat und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man denn sowas beeinflussen? Wie kann man denn die Eigenschaften des Wassers so beeinflussen, dass Sportler schneller schwimmen? Jeder von uns kennt ja dieses Thema Wassergefühl auch und Schwimmer sind ja die Einzigen, die sagen, das Wasser fühlt sich aber komisch an, wenn man irgendwo reinhüpft, für alle anderen ist es Wasser und man wird nass und im Zweifel friert man ein bisschen. Das kommt nicht von ungefähr, denn die Wissenschaftler damals und die Chemiker, die haben ein bisschen den Salzgehalt erhöht, haben ein bisschen mit verschiedenen Konzentrationen, sicherlich auch von Sauerstoff und von Gasen rum experimentiert, um möglicherweise den Auftrieb zu steigern, um den Widerstand, um die Abdruckfläche zu verbessern, die die Sportler haben. Und jetzt kann man dieses Spielchen natürlich sehr, sehr weit treiben und sagen, okay, ich mache das ganze Becken knallig voll mit Wasser, mit Salzkügelchen, dann funktioniert es aber nicht mehr, weil dann schwimme ich durch einen großen Haufen Salz und das geht nicht mehr vorwärts. Also irgendeine Flüssigkeit muss es schon sein. Es muss irgendwie flüssig bleiben und als Maß dafür gilt die Viskosität, die so die Zähigkeit des Wassers oder die Zähigkeit einer Flüssigkeit angibt. Und ein bekanntes Beispiel für eine Flüssigkeit mit hoher Viskosität ist zum Beispiel Zuckersirup, so Zuckerrübensirup oder Honig, nicht irgendetwas, wo wir ganz viele Teilchen einrühren. Und jetzt kam natürlich die Frage auf, okay, was passiert eigentlich, wenn ich mich in so ein Becken voll Sirup lege, bin ich dann schneller oder langsamer als beim Becken voller Wasser? Und die gleiche Frage haben sich 2004 auch Gettelfinger und Kassler gestellt. Kassler war damals Dozent an der University auf Chemical Engineering and Material Science in Minnesota und Gettelfinger war einer seiner Studenten. Und Gettelfinger war damals selber sehr erfolgreicher Sportler gewesen und ist nur knapp an der Nominierung für die Olympischen Spiele gescheitert und hat im Rahmen seiner Jahre als Sportler immer wieder mit Trainern diskutiert, wie wäre das eigentlich, wenn wir XY und die Mehrheit der Trainer oder die Verteilung innerhalb der Trainerschaft war ziemlich genau ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel hat gesagt, pass mal auf, du hast viel mehr Widerstand und deswegen wirst du einfach langsamer sein, weil du kommst halt nicht mehr so schnell voran. Das andere Teil hat gesagt, ja, 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 aber du hast ja auch viel mehr Abdruck und der überpowert den zusätzlichen Widerstand, deswegen wirst du schneller sein. Und wieder ein Drittel hat gesagt, na, die beiden gleichen sich aus. Zwar mehr Widerstand, aber auch mehr Abdruck und deswegen bist du genauso schnell wie im Wasser. Die Trainerschaft war da also uneins und wenn ihr mal vielleicht bei euch in der Trainingsgruppe oder im Trainerkollegium rumfragt, könnt ihr ja auch mal machen. Ich denke mal, das wird auch so ziemlich auf Pari-Pari hinauslaufen und so richtig eine klare Meinung wird sich da nicht rauskristallisieren. Also haben sich die beiden gedacht, alles klar, wir machen ein Experiment. Wir nehmen den örtlichen Pool, dort gab es zwei Becken und eins davon lassen wir, wie es ist, voller Wasser und den anderen versuchen wir, eine möglichst dickflüssige, sirupartige Masse draus zu machen. Das Ganze ist nicht so wahnsinnig einfach, du musst ein paar Behördengänge machen, du brauchst es ungefähr insgesamt 22 Erlaubnisse von den örtlichen Behörden, die dann dem Ganzen zugestimmt haben und dann konnte das Experiment starten. Um das ganze Wasser dickflüssig zu machen, standen insgesamt drei Materialien, drei Substanzen zur Auswahl. Nummer eins war Guarkernmehl, Nummer zwei war Xanthan und Nummer drei war Maissirup. Der Maissirup wäre sogar kostenlos gewesen, hätte allerdings das örtliche Abwassersystem an die Grenzen des Belastbaren gebracht und deswegen gab es dafür keine Erlaubnis. Xanthan, das heute als Süßungsmittel, als Ersatzmittel für Zucker bekannt ist, war damals noch nicht so weit verbreitet, dass das einfach verfügbar gewesen wäre. Also hat man sich für das allseits bekannte Guarkernmehl entschieden, das damals einfach ready to use war und in der Lebensmittelindustrie eingekauft werden konnte und dann konnte das dort in den Pool geschüttet und vermengt werden. Guarkernmehl ist ein Mehrfachzucker, der aus der Guar-Bohne gewonnen wird und heute als Verdickungsmittel beziehungsweise als Emulgator eingesetzt wird, zum Beispiel in Speiseeis oder auch in Haargel. Da könnte man auch mal tiefer drüber nachdenken, ob das so gut ist, ob man das, was im Speiseeis drin ist, auch im Gel haben möchte, beziehungsweise ob ich mehr Haargel ins Speiseeis schmieren möchte. Das ist aber ein anderes Thema. Jedenfalls hat dieses Guarkernmehl dazu geführt, dass wir die Viskosität in dem Pool von 0,9 Millipaskalsekunden auf 1,9 Millipaskalsekunden erhöht haben. Also haben wir das ungefähr verdoppelt. Wie ist das Ganze passiert? Die haben 310 Kilo von diesem Guarkernmehl, auch als E412 bekannt als Zusatzstoff, in den Pool getan. Der Maß ungefähr 25 Meter Länge, 2 Meter Tiefe, 12,9 Meter Breite und haben dort das Ganze für 36 Stunden, für anderthalb Tage durchmischen lassen. Jetzt darf man nicht verwechseln, die Viskosität ist nicht das gleiche wie die Dichte. Die Viskosität, wie gerade schon mal gesagt, kann man sich irgendwie vorstellen, dass das eher beschreibt, wie die einzelnen Teile zusammenhängen. Wie fest sind die miteinander verzahnt und verankert? Wie leicht kann sich eine Schicht gegen die andere verschieben? Und die Dichte wiederum gibt an, wie viele Teile habe ich pro Volumen? Also zum Beispiel hat so ein Salzhaufen eine relativ hohe Viskosität, weil die einfach aneinander vorbeipurzeln, aber eine sehr, sehr große Dichte. Also das ist nicht das Gleiche. Und die Dichte in diesem Sirupbad war die gleiche wie auch in dem Wasserbad, weswegen die Auftriebskraft, die auf den Schwimmer wirkte, so ungefähr gleich war. Und das hat also keinen Einfluss auf die Schwimmleistung gehabt. Jetzt sind die beiden losgezogen, sind über den Campus, das Ganze war inzwischen schon ein Gespräch geworden dort und hatte weit über die Fakultätsgrenzen hinaus Schlagzeilen gemacht, sind sie über den Campus gezogen und haben freiwillige Probanden gesucht. Da haben sich insgesamt zehn Wettkampfschwimmer und sechs Freizeitschwimmer gemeldet, die dann in den Pool gesprungen sind und dort mehrere Sets mit mehreren Lagen absolviert haben. Insgesamt war der Versuchsabbau wie folgt, die sind 25 Meter im Wasserpool geschwommen, haben dann drei Minuten Pause gemacht, sind dann 25 Meter in dem Siruppool geschwommen, wieder drei Minuten Pause gemacht, das ganze Kladderadatsch abduschen und dann haben sie wieder 25 Meter in dem Wasserpool zurückgelegt. Der Blick, der sich den ganzen Boot, wenn sie dort in die Schwimmhalle kamen, muss ehrlich gesagt ziemlich eklig gewesen sein, denn laut Zitat von den beiden Forschern sah das Ganze aus wie eine große gefüllte Wanne mit weißem Schnodder. Weiß ich nicht, ob ich da noch so gerne reingesprungen wäre. Die 16 Probanden haben es gemacht, sind vermessen worden und zwar hat man die Zahl der Zyklen gemessen, man hat die Schwimmzeit gemessen und man hat das Gleiten von der Wand gemessen. Letztendlich ausgewertet haben sie bloß die Schwimmzeit und haben dann aufgetragen, die Zeit im Wasserpool auf der x-Achse, also die Schwimmgeschwindigkeit, die Zeit im Wasserpool übersetzt in Schwimmgeschwindigkeit, auf der x-Achse und auf der y-Achse das Verhältnis von Schwimmzeit im Siropool durch Schwimmzeit im Wasserpool. Und da kam eine ganz klare horizontale Linie raus und zwar genau beim Wert Nummer 1, unabhängig davon, ob die Probanden jetzt Delfinrücken, Brust oder Kraul geschwommen sind, unabhängig davon, ob sie sehr, sehr schnell oder sehr, sehr langsam geschwommen sind. Das heißt also, die Dritteltrainerfraktion, die schon immer behauptet hat, na, diese Effekte von mehr Widerstand und mehr Abdruck, die gleichen sich einfach aus und die Sportler sind genauso schnell, wie wenn sie im Wasser schwimmen. Die hatten vollkommen recht und wussten es eigentlich schon immer. Spannenderweise ist das auch im Einklang mit dem, was Councilman damals 1986 schon gesagt hatte, ist jetzt inzwischen 35 Jahre her, im Jahr 2004, als sie das Experiment gemacht haben, waren es nur knappe 20 Jahre, aber selbst ohne diese Experimente damals hat Councilman gesagt, naja, diese ganzen Widerstandsgeschichten, die sind wichtig, aber grundsätzlich hemmt den Sportler in seiner Leistung, dass sich der Frontalwiderstand beziehungsweise der Formwiderstand mit dem Quadrat der Schwimmgeschwindigkeit erhöht. Das ist der hauptdominante Faktor, wo wir einen Effekt sehen, ob die Sportler schneller oder langsamer werden. Wie hoch müsste man jetzt die Viskosität erhöhen, um dort wirklich einen Effekt zu messen? Und zwar um den Faktor 1000. Das konnte man dann numerisch nochmal nachrechnen. Also hätte noch viel, viel, viel mehr von diesem Guarkern mehr reingemusst, um dort wirklich einen Effekt auf die Schwimmgeschwindigkeit zu sehen. Damit hoffe ich, konnte ich euch ein bisschen Gesprächsstoff liefern, wenn ihr das nächste Mal vor eure Sportlergruppe tretet. Stellt einfach mal die Frage, was die denn glauben und dann könnt ihr ihnen erzählen, warum, wieso, weshalb, wer recht hat und wer nicht recht hat. Dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen was gelernt habt über die Basics im Schwimmen. Wie kann ich weit gleiten? Hab eine kleine Trainingsaufgabe mitgenommen. Und am allerwichtigsten, habe ich euch vielleicht ein bisschen sensibilisiert für das große Thema mentale Gesundheit im Spitzensport. das viel mehr Beachtung finden müsste. Und ich möchte euch an der Stelle wirklich ermuntern und ermutigen, redet mit anderen Athleten, fragt, was sie für Interessen haben, was sie sonst noch interessiert. Zeigt ihnen, dass sie mehr sind als Sportler und Bestzeitlieferanten, sondern auch soziale Menschen, die auch mal scheitern dürfen und die ein Interesse außerhalb des Schwimmens entwickeln sollten. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr gut durchs Wochenende startet, dass ihr viel Spaß mit euren Sportlern habt und wir uns nächste Woche wiederhören. Ciao!